Mein Name ist Jan Wiesberg, ich bin aus dem Katholischen Klinikum in Koblenz-Monterbauer. Ich bin Physiotherapeut, habe 2001 die Ausbildung beendet. Ich bin jetzt hier in dieser Funktion auch beim TTC Grenzau unterwegs, seit einigen Jahren sogar schon und es macht mir sehr viel Spaß. Ich bereite die Spieler vor in Bezug auf die Muskulatur, dass sie dann im Moment richtig fit sind, dass sie, wenn sie Probleme haben, in Form von Schmerzen, versucht sie wegzubehandeln. Ich betreue sie nach den Spielen natürlich, um sie locker zu kriegen für die möglichen nächsten Tage, die Wettkämpfe, damit sie so wenig wie möglich Muskelkater auch haben, wenn möglich, und so wenig wie möglich Beschwerden auch. Mein Name ist André Gacina. Ich mag, was Jan macht, weil er unsere Muskeln fit ist. Ich bin jetzt seit acht Jahren in Grenzau, glaube ich, und er ist schon von mir nach Grenzau gekommen. Also ich kenne das nicht anders, ohne Jan geht es nicht halt. Und er ist halt ein wichtiger Mann für uns, weil wenn wir was brauchen, der ist für uns immer da. Dabei bin ich seit über zehn Jahren mittlerweile schon beim TTC. Ich erinnere mich sehr gerne an 2006, wo wir Pokalsieger geworden sind, danach auch ordentlich gefeiert haben. Verdient auch und das war bisher mein schönstes Erlebnis mit dem TTC Grenzau. tssern und Untertitelung des ZDF, 2020